Ich wusste, dass du es schaffst. Woher? Weil du von meiner Schönheit geblendet bist? Ja. Und der ist hier drin. Du bist mutig. Und selbstlos. Wie ein echter Abendführer. Wie geht das beim Böe? Das wird schon. Er ist ein Zwerg. Das ist ein Zwerg. Das ist ein Zwerg. Das war's. Das war's. Das war's. Er hat mich überrascht. Du kennst mich überrascht. Du kennst mich überrascht. Wer hat mich überrascht? Wer hat mich überrascht? Entschuldigung, ich wusste nicht. Du hast mich überrascht. Du hast mich überrascht. Du hast mich überrascht. Vielleicht überrascht ihn nicht mehr. Precisely. Aber in unserer Arbeit, nicht attraktiv attention attracts attention. Und du bist richtig. Wir sollten nicht attraktiv attention. Ich dachte, der beste Weg zu vermeiden, ist zu versuchen, zu attraktiv attention zu etwas, das niemand hat. Was? Wir schlafen in plain sight. Es sind unsere Produkte. Each issue equals a certain type of drug. Wer ist Gott? Procain? Was bringt die Zukunft? Crystal Meth? Und deine persönlichen Lieblingsherroin? Was hab ich gesagt? Ist geschlossen! Was ist denn los? Du warst ja gestern nicht mal im Keller. Hatte ich eine zu hart dran genommen oder was? Und jetzt raus! Hey Gott, so schlimm. Raus! Hast du eine Alarm, bist du abgekriegt oder was? Was ist denn los mit dir? Blumptest du am Arsch? Bist du positiv? Alter! Hey, bist du bescheuert! Gib mir Scheiße! Verpiss dich, Olli! Fuck mal! Los! Verpiss dich! Verpiss dich! Los! Fick dich! Wie geht's dir denn? Du hast nicht auf meine Anrufe reagiert. Es ist wichtig, dass ich weiß, wie's dir geht! Hey! Schau! Wir wissen noch nicht viel! Aber es kann unglaublich lange dauern! Sieh dich doch mal um! Alle wissen es hier! Und haben Angst vor mir! Eddie! So, wie macht man das? Spieglein, Spieglein und so weiter. Am besten ein Reim. Oh!